Smile, gehen wir auf ein Date mit den Mädels? Wir haben doch zugestimmt. Wie das? Mein kleiner Bruder ist jetzt da. Das Date ist abgesagt. Ich habe ihm eine Tour durch das Landhaus versprochen. Smile, ich mag diesen Sack hat nicht. Er ist irgendwie langweilig. Ja, Kleiner, sehe ich auch so. Hast du gehört, du bist langweilig? Ich langweilig? Alle Kinder lieben mich. Beruhig dich, Alter. Das meint er nicht so, okay? Verdammt, Jungs, Diana ruft an. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hallo, wie geht's dir? Smile, es ist nun, ja, so. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Hey, der Freund meiner älteren Schwester. Das Date ist abgesagt für heute. Smile, du hast es gehört. Ja, Smile, meine kleine Schwester Dana ist heute im Landhaus. Und sie hat mich gebeten, ihr heute eine Führung zu geben. Ja, genau. Hör zu, Diana. Bei mir ist das Gleiche passiert. Ob du es glaubst oder nicht, mein jüngerer Bruder kam auch zu mir und wollte, dass ich ihm das Landhaus zeige. Smile, das ist toll. Wir können uns treffen und unsere kleinen Geschwister einander vorstellen. Ja, Diana, das ist eine coole Idee. Dann können unsere Geschwister Freunde werden oder so. Warte mal kurz. Dana, möchtest du Smiles Bruder kennenlernen? Na? Wie alt ist er denn? Smile, sie möchte wissen, wie alt dein Bruder ist. Smile, lass uns spielen. Warte kurz. Er ist neun Jahre alt, genau wie deine Dana. Neun? Dana, er ist auch neun Jahre alt, genau wie du. Super. Die Tour durch das Landhaus wird bestimmt lustig. Ja, ich hatte noch kein Date gemeinsam mit meiner jüngeren Schwester. Diana, ich bin schon erwachsen. Ja, ja, natürlich bist du ein erwachsenes Mädchen. Wir streiten uns nicht. Hör mal, Dana, da du schon erwachsen bist, wirst du dich vielleicht in Smiles Bruder verlieben. Diana, noch ein Wort und ich gehe nirgendwo hin. Okay, ich bin schon still. Da kommen die Jungs. Hör zu, Kleiner, benimm dich heute gut, okay? Mach dir keine Sorgen, Smile. Alles wird gut. Er ist normal im Gegensatz zu dir. Er wird sich mit Dana anfreunden. Aber nicht nur mit Dana, sondern auch mit Diana. Was? Macht nur Spaß, Smile. Hallo, Jungs. Hör zu, Leila. Meine Schwester besucht mich. Sie reist aber heute Abend wieder ab, okay? Leila, wen hast du hier klein genannt? Ich bin schon erwachsen. Ich hatte heute schon ein Date. Puh. Dana, wir freuen uns sehr für dich. Ach was, sogar die Kleinen haben Dates. Jana, glaubst du ja das? Jana und Leila, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum ihr sauer seid. Ihr solltet überhaupt nicht hier sein. Wer hat euch erlaubt, hier zu sein? Lehrer Mike. Ich. Lehrer Mike, du bist viel zu freundlich.